Gibt es denn hier Sprachchat? Lautstärke Spracheingabe. Alter, wie klingst denn du? Du klingst gerade richtig komisch. Irgendwie so highpitched oder so. Also dein Helfer macht hier nur Kacke. Wieso macht der nur Kacke? Der pflügt bis zum Blumenbeet. Kann der raus? Kann der raus? Hallo? Hallo? Jedenfalls, Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Forming Simulator zusammen mit dem Wischmopp. Ich gehe krachen. Moin, na? Ja, ne, was ich sagen wollte, guck mich an, ich habe ein fucking Pferd, Alter. Das sind Baby und Tina. Auf Amadeus und starken Antidepressiva, der der Schmerz sonst einfach nicht mehr tragbar ist. Diagnose Autismus. Da hinten ist ein Zug. Auf der Goldstahlbrücke, da ist ein Zug. Nein, was machst du? Ach, oh, ne, oh, ne, oh, ne. Hilfe. Ne, warte mal. Ja, das war es jetzt mit deinem Pferd. Helfer, J, wo du das ein Objekt blockiert, ja, ist klar. Nein, Digga, was ist denn das? Also, ich denke mal, ihr merkt schon, warum ich angefangen habe, hier gerade die Scheiße, die Aufnahme zu starten. Also, es ist eine komplette Shitshow. Also, ich habe noch nie Farming Simulator gespielt und ich glaube, man sieht das so. Was ich auch klein sagen muss, warum wir eine Milliarde Euro haben. Regierung. Ja, wir sind käuflich. Digga, Jesus, das Pferd kann fliegen. Das ist das Satanspferd. Saatgut im Besitz, ja, Details. So, was machen wir jetzt damit? Digga, wie klingst du denn? Wie, wie klinge ich? Jetzt klingst du nochmal. Du klingst, du klingst wie so, wie du klangst gerade wie so eine Barbie-Puppe, Alter. Ja, so, so übel, so, so. Ja, das war vorhin bei dir auch so. Einfach so, keine Ahnung, high gepitscht. Was steht denn jetzt hier alles? Was hast du gemacht? Ja, ein bisschen Getreide, das ist auch gut. Ja, hier steht alles voll. Was hast du denn jetzt abgekommst? Hast du jetzt einen Helfer entlang? Den Helfer habe ich schon lassen. Ich wäre wahnsinnig mit dir. Ja, das Ding will ich aber fahren hier. Das will ich fahren, das ist mein Feld. Du wolltest das Feld düngen. Ich wollte das Feld nicht düngen. Das ist mein Feld. Wir haben hier, als ob wir uns jetzt über dieses eine Feld streiten. Ja, richtig, dann nimm ein neues Feld. Nein, jetzt hältst du denn die Schnauze! Ankuppeln, zack, Helfer, einstellen. Kein Feld gefunden. Wie, kein Feld? Ich stehe auf einem. Verpiss dich jetzt. Mach dich jetzt ab hier. Aber Dalli. Ab, komm. Ja, ist ja gut. Ach, nee, Alter. Nee. Eisschwege, Alter. Was ist denn jetzt los? Ach, nee, das Spiel leckt schon wieder. Das Spiel leckt. Ach, du Scheiße. Da fangen wir mal hier vor. Was hat denn der gemacht, Alter? Das ist, ey, wirklich. Hier muss noch die Hälfte gepflügt werden, Alter. Das ist die komplette eine Kacke, wirklich. So, na dann, Sehmaschine. Einschalten. Was macht der Helfer? Wir gucken uns das live an. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Na, was macht der denn? Der fährt ja einfach querfällt, Peter. Nee. Nee, dich kann man nicht alleine lassen. Du bist so ein Rischer-Bauer. So einfach so ein Rischer-Bauer bist du. Ich gucke jetzt, was du hier drüben fabrizierst. Nee, der kriegt das. Ich hab doch gerade einen Helfer hingestellt. Der sitzt sogar drin. Was macht denn der? Was machst denn du? Der im Feld sieht so scheiße. Dicke, hier ist überall Läscher. Dicke, was hast du hier? Was ist das denn? Wo kommen denn jetzt die Kräte her, verdammt, Alter? Aus dem Boden jetzt? Was ist denn das für ein Scheißspiel? Hast du noch irgendwo ein Dingens? Hier, einen Flug oder so? Ja, hier hast du ihn. Helfer entlassen. Weg hier. Hast du jetzt meinen Helfer? Oh, ent... Ich hab gar nichts gemacht. So, jetzt ist wirklich genug. Hä? Das ist doch... Was macht der? Ich hasse dich. Was hast du mit meinem Helfer gemacht? Ich hab ja nicht gemacht. Der kann nicht mal gerade übers... Der fährt hier querfeld ein. Der kriegt nicht geschissen. Überall sind hier Löscher auf dem Beet. Da krieg ich schon wieder einen Puls von... Ach, schwäncht das, Sil. Was war jetzt los, Alter? Warum? Das war gerade wieder übel zu verstellt. Aber nicht in der Barbie-Stimme, sondern so richtig... Schön tief, maskulin. So, schön lang hier. Wirklich tadellos. So, Helfer einstellen. So, der kriegt das dann. Ich hab dir das jetzt vorgemacht. So, guck dir... Guck dir das an. Das ist doch... Wo kommen schon wieder die Kräne her? Was ist denn das da oben? Was ist denn das da oben? Weißt du, die Station dort oben? Ja, was ist denn? Das ist doch irgendein Atomschutzbunker. Da ist jetzt Oskar drin. Er macht gerade Urlaub in der Schweiz, Mann. Ach so. Alter Oskar, Grüße gehen raus. Wusste ich gar nicht. Affe. Muss gewalzt werden. Jetzt brauchen wir noch eine Walze, willst du mich verarschen? Wozu brauchen wir denn eine Walze? Da steht da, das muss gewalzt werden. Das Feld? Ja, hol mal Bob, der Baumeister. Der muss mal kurz mit der Walze drüber fahren. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Nein, Bob, bitte unterschreib einfach endlich die Scheidungspapiere. Guck mal, unsere Helfer arbeiten doch schön. Guck mal, mein Helfer dort hinten macht das Feld ordentlich. Deine Helfer blockieren sich dort. Geh- 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 Was sitzt du jetzt in meinem Traktor drinne? Und dankbar. Das Stück Scha... Kannst du mir jetzt mal erklären, was hier deine... Guck mal bitte auf dein Feld. Was machen die hier drüber? Gott, steig mal bitte aus, oder komm mal hier rüber gelaufen. Die blockieren sich, die blockieren sich. Ich sag's dir, die blockieren sich. Einer dümmer als der andere, was ich seh. Ooooooooh! So, ich hol mal das Dünngerät. So, flug, zack. Guck dir das an. Ich hab's Dünngerät. Ja, 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 er macht schon wieder die, ich mach schon wieder die Blumenwäse komplett weg. Alter. Sag mal, was machst denn du für ne Scha... Nee, komm, 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 raus mit ihr. Ganz ehrlich. Ich seh schon, das wird ein, das wird ein gutes Let's Play werden. Das wird kein Let's Play, Alter. Doch, das wird ein Let's Play. Ich zwinge dich. Nein. Bitte nicht! Hallo, denkt dran, wir müssen noch in der Forstwirtschaft einsteigen und in der Tierwirtschaft, wir müssen so viel tun. Oh, nee, nee, die blockieren sich schon wieder. Ich kann das alles nicht mehr. Ich hab starke Schmerzen. So, ach, was macht der denn? Nee, nee, das ist, weil deine scheiß Walze, so, die Walze ist das Problem, das Dünngding ist ein Problem, Alter. Lass sie da erst mal zu Ende flügen, Mann. Ich schicke die Scheiße jetzt auf deinem Feld an, dass du siehst, wie du da zurechtkommst. Nee, nee, nicht auf meins. Machst nicht mein gutes Feld noch zunichte. So. Muss hier sowieso schon fünfmal drüber. Was für ein gutes Feld, hast du das mal angeguckt, hier ist alles verschimmelt, Mann. Hör auf zu Dünng, hör auf zu Dünng, wenn du noch hier einmal weiter Dünngst, Alter. Ich sag's dir ganz ehrlich. Und dann leck das noch. Ich pack das Ding jetzt hier einfach auf die Straße so, es juckt keine Sau. Ich hol mir jetzt noch einen Traktor, ist mir scheißegal. Wir haben noch Rad... Du hast jetzt nicht einen Radlader gekappt. Digga, wir sind hier nicht in der Kauf- und Verkaufwirtschaft. Ey, Niklas, du funktionierst im echten Leben auch nicht. Du kannst nicht einfach Autos kaufen und wieder verkaufen. Digga, als ob das hier irgendwas mit Simulation zu tun hat, Alter. Die machen sich alle gegenseitig weg. Digga, das spielt ein Farming-Simulator. Die Nerven liegen blank. Ja, wirklich, mir geht's gar nicht mehr gut. Das fällt das ganze abfackeln, Alter. Können wir nochmal von euch starten? Ich hol mir ein neues Feld, wirklich, Alter. Das ist doch so eine Scheiße hier. Ich mach jetzt hier eine Blumenwiese draus. Du schmeißt das Geld mit offenen Pfoten zum Fenster raus. Als ob wir's hätten. Ja, das kostet alles Geld. Das ist die Situation, Mann. Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass man im Oktober keinen Weizen anbauen kann? Ist das schön. Schön übers Feld mit dem Pflug. Schönes Radioamt. Farmer sein ist doch ein schönes Leben, Niklas. Den ganzen Tag kannst du schön übers Feld eiern. Ja, Julius, ich stimme dir komplett zu, wirklich. Das ist Wahnsinn. Was steht denn die scheiß Weize jetzt bei mir auf dem Feld? Ich muss hier, ich, 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 wirklich, ich mach das komplette Feld neu. So, guck dir das brechige Ding an, Alter. Und es, es packt dieser MPC, Alter. Das macht wirklich das Feld. Eigentlich dürfte das das Feld nochmal neu machen, komplett. Ein Gruber. Scheint jetzt nicht so gut bei denen zu funktionieren, was schon gesät ist. Ich, ich hol mir ein neues Feld, wirklich, das kannst du ein. Wolltest du ja auch klein mit dem größten anfangen. Weil den heißen Erfolg kriegen konntest. So, nee, dann nehmen wir jetzt hier der 18. So, der 18 sieht gut aus. Also, warum ist denn das jetzt dunkel? Ist das das Ende der Folge? Das Ende der Folge ist, wenn du ein ordentliches Feld hast. Ja, merkst du selber, also streng dich mal an. Was kannst du eigentlich? Wenn dein scheiß Männchen kicken, ne? Auf mein Feld fährt. Ey, das ist mein Gruber. Das ist meine Walze. Klaust mir jetzt nicht die Walze. Nee, die Walze klaust du. Aber was willst du jetzt mit dem Traktor? Da hinten steht mein Gruber irgendwo. Den Gruber, der Typ sitzt doch schon in deinem Gruber. Wo fährt denn der hin? Also, im Moment fährt er gar nicht. Nein, nein. Was macht er? Warum fährt er? Nein, nein. Das macht er nicht. Das macht er. Ich raste komplett aus. Ja, und jetzt ist das Spiel komplett eingefroren. Ja, ich kann nichts drücken. Ja, damit würde ich sagen, das war eine erfolgreiche erste Folge von Forming Simulator. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten. In diesem Sinne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hui,styp ist sein. Untertitelung des ZDF, 2020